Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu No Place Like Home. Ich bin der Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir werden ein bisschen Müll recyceln, da bekommen wir nichts. Können wir denn irgendwas ernten? Ja, wir können Erdbeeren ernten. Ist ja immerhin was. Und einmal eine Tomate und ein bisschen Salat, wunderbar und Kartoffeln und Salat. Gut, und noch mehr Tomaten. So, die sind noch nicht erntebereit. Okay, gut, also Tomaten, Tomaten, Erdbeeren, Kartoffeln und Salat. Tomaten nehme ich mit, Kartoffeln nehme ich mit und Auberginen muss ich auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen. Was war das alles? Da kann ich noch, da kann ich noch. Dann habe ich Tomaten. nicht Tomaten hier. Kartoffeln und das sind jetzt alles Auberginen. Ja, das sollte eigentlich jetzt komplett noch irgendwas übersehen. Ja, hier habe ich noch was übersehen. Okay, dann gibt es auf jeden Fall wieder einmal ein paar Auberginen. Dann muss ich natürlich das Feld hier gießen. So, das Feld hier vorne auch noch. Dann muss ich zu meinen Schweinchen und zu meinen Pühnchen gehen. So, warte mal, wir gehen jetzt mal zu den Schweinchen. Da gibt es nämlich Trüffel dafür. So, ihr wollt gebadet werden. Ihr wollt gebadet werden. Du willst aufgebadet werden. Was willst denn du hier? Du willst Essen haben, ne? Du willst gebadet werden. Du willst Essen haben. So. Sehr schön. Da muss ich noch mal gucken hier. Wo ist noch ein Ei? Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Na, großartig. Ja. Dann kann ich das natürlich wieder hier vorne hinpacken. Der Müll kommt hier hin. Kisten habe ich jetzt auch schon wieder einiges mitgenommen. Ähm, habe ich bei irgendein Hühnchen noch irgendwie was vergessen? Oder mal, du willst noch? Du willst nicht, du willst nicht. Du willst auch nicht. Beim Schweinchen. Ne. Gut, da haben wir das alles. Moment, wächst da jetzt schon wieder was? Oder kann ich hier noch... Kann ich noch was ernten? Ah, wusste ich doch. So, Hundi, Hundi. Du hast mir Bretter gebracht. Sehr schön. Du willst Futter haben. Du willst gebadet werden. Und Batterie. Gebadet. Batterie. Und noch eine Batterie habe ich jetzt alle. Du willst nur gestreichelt werden. Okay. Dann schauen wir mal. Also Bohrer, Planer nicht erlernt. Upgrade. Upgraden kann ich nicht. Da fehlt mir ein bisschen was von diesem... Ah, jajajaja. Oder mal, Rucksack geht auch nicht. Da brauche ich Karotten. Da brauche ich Orangen. Da brauche ich Marmelade. Den Plan habe ich noch nicht erlernt. Aber hier kann ich upgraden. Deine Gesundheitsbalken wird verlängert. Das nehmen wir mit. Sehr schön. Habe ich mehr Gesundheit. Ähm, das kann ich noch nicht. Hier fehlt Paprika. Karotten, Karotten. Den Plan habe ich nicht erlernt. Und dann brauche ich auf jeden Fall ein bisschen was zum Konservieren wieder. Einsammeln, 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 einsammeln. Ah, das ist hier dieser Schrott gewesen. Der kommt... Ah, okay. Dann könnte ich theoretisch gesehen auch recyceln. Komm, die 17 da. Die recyceln wir mal. Dann sind die weg. So, dann... Da gibt es ein bisschen was. Ah, es reicht aber immer noch nicht halt aus. Und hier bin ich mir auch noch nicht sicher. Soll ich die Aubergine recyceln? Den Honig recycle ich nicht. Aber ich habe eigentlich fünf Schweine. Und mal die drei kann ich. Die kann ich. Die kann ich auch. Eier kann ich nicht mehr reinpacken. Okay. Dann konserviere ich euch, Winzchen. Habe ich denn hier noch irgendwas drin eigentlich? Habe ich sogar noch einmal Essen drin. Malonese. Malonese. Hm, ne. Wir brauchen mehr, um unseren Bohrer zu verbessern. Fünf Schweinchen habe ich auch. Dann könnte ich theoretisch gesehen, hätte ich den Honig recyceln können. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Wir könnten ins Dorf gucken. Wir könnten natürlich hier unten weiter. Wir müssen natürlich noch das ein oder andere erkunden. Und wie gesagt, hier brauche ich den besseren Bohrer. Sonst komme ich da halt nicht weiter. Hier war auch nichts. Hier habe ich ja wie gesagt Cornelius gefunden. Hier komme ich noch nicht durch. Das ist jetzt der Durchgang hier. Wie gesagt, hier kann ich ja noch nicht wirklich was machen. Ich muss irgendwie dort hinten durch dieses Tor kommen. Da bin ich mir aber auch noch nicht so wirklich sicher, wie das klappt. Ich muss auf jeden Fall erstmal konservieren, konservieren, konservieren. Damit ich hier... Damit ich hier halt durchkomme. Sonst habe ich hier halt überhaupt keine Chance irgendwie weiterzukommen. Das heißt, ich brauche Gläser, Gläser, Gläser. Vielleicht kommen wir jetzt aber... Ah, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir ja bei Harold raus. Aber da sind wir auch noch nicht. Wir sind hier rausgekommen. Aber ich glaube hier hinten könnte ich mir jetzt die Sprinkler bei ihm holen, oder? Ich glaube die Sprinkler... Oder könnte ich... Ah, guck mal hier. Upgrade Bienenstöcke. Planen lernen, da brauche ich natürlich. Na komm, wir lernen den Plan mal. Bauen kann ich sie ja sowieso noch nicht. Den Plan kann ich auch lernen. Aha, ich brauche Haufen so einen Glumpiger. Ein bisschen besseren Mayo-Macher hier. Das geht noch nicht. Hier brauche ich Marmelade. Hier brauche ich Blaubeeren. Die Hundehütte, da brauche ich Karotten. Und da rüben, okay. Da habe ich immerhin ein bisschen was schon jetzt. Ihr lernt noch und wir gehen mal hier hinten weiter. Ich muss ja noch so eine komischen Bäume finden. Oh, was wollten wir hier haben? Oh, ihr gebt mir... Gibt mir Erdbeersamen. Das ist natürlich cool. Das gefällt mir natürlich. So, warte mal. Hier brauche ich so einen komischen Kasten. Hier ist noch ein Schwein. Das braucht natürlich einen neuen Stall. Ach, bei den anderen hätte ich noch mal gucken können. Da brauche ich ein weiteres Upgrade. Das kann ich nicht reparieren. Da hinten komme ich noch rein. Da komme ich nicht sogar hier hinten auch noch irgendwo weiter. Ja. Warte mal, ich will mal trotzdem schauen, wo wir hier hinten lang kommen. Da komme ich doch, glaube ich, nur wieder vorne raus, oder? Ah, da bin ich hier, wo ich noch nicht so richtig... Okay, den Schalter kann ich drücken. Und hier hinten... Hier hinten... Hier hinten komme ich auch noch weiter. Okay, gut, gut, gut. Ich frage mich, was ich mit den Dingern machen muss. Öffnen. 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 Einsammeln. Öffnen. Da ist ein weiterer Code. Da hinten komme ich auch noch weiter. Okay, was habe ich denn da gekriegt? Da liegt einfach nur übelst viel Müll rum. Ah, hier hinten sind schon da so eine Wände, wo ich nicht durchkomme. Okay, Samen, Samen, Samen. So, hier komme ich nicht durch, ne? Ja. Oder war ein Waschmaschiner, da war ein Koffer, den ich öffnen könnte. Aber hier gibt es auf jeden Fall wieder jede Menge Samen, das ist sehr gut. Gegner sehe ich jetzt hier nicht wirklich. Ich muss auf jeden Fall alles weg machen. auch unbedingt Karotten Samen oder sowas. Da ist ein kleiner Roboter. der rennt natürlich jetzt erstmal wieder weg. Da hinten habe ich schon noch einen Gegner gesehen. So, der ist weg. Ich muss mir auf jeden Fall merken, wo ich lang gegangen bin. Warum bitteschön ist hier unten so viel Müll? Was ist das für eine Halle hier? Was bitteschön ist das für eine Halle hier? Ich kann gar nicht alles mitnehmen, was ich hier bekomme. Das ist Wahnsinn. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wo ich Gummi bekomme oder so. Ich werde das auch alles kaputt machen, selbst wenn ich das jetzt hier rumliegen lasse. Ich bekomme auch Beete, ich bekomme neue Saatgut für meine Pflanzen. Ich bräuchte aber halt mal wieder ein paar Karotten. Ich weiß gar nicht, Karotten hatte ich die eigentlich schon angebaut? Ich glaube schon. So, da hinten war der kleine Roboter. Da ist noch eine große Halle. Hier ist jetzt erstmal nichts weiter. Und ich konnte auch glaube ich noch in ein neues Gebiet gehen, wenn ich da die Tür durchschreite. Da ist ein Gegner. So lange wieder mich nicht angreift, ist alles okay. Hier gibt es halt wirklich nur Materialien hier unten. Materialien und Müll gibt es hier unten nur. Jetzt werde ich mal hier schauen. Hier kann ich nichts machen. Kann ich echt noch Müll einsammeln? Ich habe überhaupt noch Platz in meinem Inventar. Ja, guck mal hier Pflanzenfeld. Habe ich auch einiges gekriegt. Aber keine Karottensamen, ne? Keine Karottensamen. So, hier komme ich nicht durch. Hier bin ich hergekommen. Hier hinten geht es auch noch weiter. Hier hinten geht es auch noch weiter. Ah, hier leuchtet zumindest erstmal wieder was hier hinten. Habe ich hier einen weiteren Schalter gefunden oder so? Nicht wirklich. Doch öffnen. Okay, warte mal hier ist Schluss. Ah, hier geht es ja noch nach oben. Hallo, einmal bitte hier nach oben. Ein weiterer... Hm. Eine weitere Blaupause habe ich hier gekriegt. Ah, okay, Moment. Einmal befüllen, sehr gut. Dann komme ich hier unten weiter. Und dann bin ich... Hier vorne wieder. Okay. Das hängt alles zusammen. Okay, das hängt alles echt zusammen hier. Wahnsinn. Jetzt bin ich ja da hinten eigentlich reingegangen bei Harold. Okay, dann komme ich hier raus. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil dann kann ich mich hier noch um meine Hühnchen kümmern. Oh, es ist schon ziemlich spät heute, ey. Boah. Warte mal. Futter. Du willst gebadet werden. Du willst auch gebadet werden. Und du willst auch gebadet werden. So, sehr schön. Dann kann ich eigentlich... Ich bin grad hier. Ich bin grad hier. Ich war grad hier unten irgendwo im Untergrund, ne? Jetzt muss ich erstmal das ganze Zeug rausschmeißen, was ich hier nicht brauche. Aber... Oh Gott. Ähm. Moment. Ich muss auf jeden Fall erstmal die... Erdbeersamen. Was ist das hier eigentlich? Pfirsichbaumsaatgut. Tomatensamen. Auberginensamen. Das ist Apfelsaatgut. Hier habe ich noch ein paar Felder. Hier habe ich Kartoffelsaatgut gekriegt. Hier habe ich Haufen so eine Gegenstände, die ich platzieren kann. So, dann kann ich hier die Kürbisse noch ernten. Hätte ich vielleicht... Morgen machen sollen. Oh, die kann ich nicht mitnehmen, weil ich voll bin, ne? Ah, jejeje. Okay, Moment, Moment, Moment. Dann kommt erstmal... Das ist doch alles nur zum Dekorieren. Ja. Was ist das hier eigentlich? Blaue Ententapete. Okay. Das ist Essen. Hier habe ich ja noch mehr Saatgut. Okay, Moment, Moment, Moment. Hier habe ich noch mehr Saatgut. Kartoffelsaatgut. Salat. Kartoffeln. So, ich kann ziemlich viel recyceln, muss ich sagen. Ei, 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 okay. Mayonnaise. Gucke ich mal hier rein. Was habe ich denn? Boah. Also, ich habe... Tomaten ohne Ende. Ich habe Kürbisse, das konserviere ich erstmal. So, dann habe ich hier... Ah, nee, Moment, das muss ich... Ah, abreißen. Das war jetzt nicht so prickelnd. So. Nein. Das war verkehrt. Okay, B, da habe ich... Da habe ich noch ein bisschen Dekoration, die ich ja eigentlich drinnen hinstellen könnte. So, Schrott habe ich ohne Ende. Der Schrott muss auf jeden Fall in die Schrottkiste hier. Kann die Dinger auch recyceln. Da kommt Schrott hin. Da kommt noch mehr Schrott hin. Dann muss ich erstmal hier drinnen gucken, dass ich hier drinnen noch was recyceln kann. Äh... Okay, warte mal, das ist Laufessen. Warte mal, recycle ich mal das. Ich recycle den Bienenhonig. Aubergine habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Ich habe aber Haufen Kartoffeln. So. Batterien könnte ich auch noch recyceln. So. So. Ich müsste mir eigentlich eine Kiste herstellen. Ähm. Wenn man das Essen kommt immer da hin, aber das ist ein Questgegenständ. Ja. Damit kannst du spezielle Leckerlis für Hunde herstellen. Ja, das ist ein Questgegenstand. Okay. Warte mal, die Eicheln könnte ich eigentlich auch noch wegpacken. Da brauche ich ja eigentlich auch nicht so viele. Wo habe ich denn die jetzt? Da. Die kann ich da. Okay, warte mal, die 18 nehme ich mit. Das ist Essen. Das kommt hier und die Batterie kann ich ja recyceln dann. Wenn das mal fertig ist. Okay, wir haben dreimal Salat. Salat kann ich auch noch recyceln. Wir haben einen Haufen Kartoffelsamen. Warte mal, hier ist jetzt Kürbis. Dann werde ich hier vorne Kürbis anbauen. Auf dem Feld. Hallo. Ich wollte nicht das rausnehmen. Ich wollte den Kürbissamen rausnehmen. So. Dann mit der 6 Kürbissamen. Dann mit der 6 Kürbissamen. Baue ich hier komplett Kürbisse an. So. Dann habe ich hier Kürbisse. Dann mache ich. Das sind glaube ich Kartoffeln oder so. Ich weiß es nicht. So. Salat, Salat, Salat. Ne, das sind Tomaten. So. So. 16 Kürbisse. Okay. Die sind alle aufgebraucht. Dann kommen noch die 45 Tomaten hier hin. So. Warte mal. Das Beet ist voll. Das Beet ist mit Kürbissen voll. Ich wollte das eigentlich ein bisschen. Ich wollte hier eigentlich ein bisschen Ordnung rein kriegen. Das hat natürlich nicht wirklich geklappt. Wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schon fast wieder neuer Tag hier. Das ist schon fast wieder neuer Tag. So. Wasser alle. Bienenhonig ist noch nicht fertig. Weil ich ja trotzdem schlafen gehen. Dann denke ich mal. Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was konservieren. Ich habe hier eigentlich genug. Oder mal der ist fertig. Ne der ist nicht fertig. Die Konservierung ist fertig. Okay. Dann Kartoffeln. Mayo. Salat. Kürbisse. Konservieren. Schlafen gehen. Das nehmen wir auch noch mit. Kürbis. Erdbeeren. Da habe ich nämlich genug. Äpfel könnte man vielleicht auch sogar mal konservieren. Äh. Eier habe. Ach komm. Wir packen ja noch Äpfel rein. Dann konserviere ich das auch noch. Und dann sieht es nämlich schon gar nicht so. Schlecht aus hier. Mal da habe ich. Kartoffeln. Aubergine. Ein bisschen Salat habe ich noch. Das Hundefutter. Vielleicht auch noch. Und jetzt gehe ich schlafen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von. No place like home wieder. Bis dahin machts gut. Euer Basti. Tschüssi. 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 Tschüssi.